Das Kaufhaus E. Gartner in St. Georgen-Opjudenburg ist ein Greisler nach altem Muster. Eine traditionelle, typische Kramerei, wo sie noch von zwei Generationen-Chefleuten persönlich bedient werden. Dem Kaufhaus angeschlossen ist ein Café, das zum gemütlichen Verweilen und Entspannen einlädt. Eine umfangreiche Speisekarte und ein großes Getränkeangebot machen den Aufenthalt zu einem kulinarischen Erlebnis. Und weil man schon einmal stehen geblieben ist, kann man sich auch noch mit Tabakwaren aus der hauseigenen Trafik eindecken, bevor es weitergeht. Aber nicht nur Durchfahrende zählen zur Kundschaft, auch die Einheimischen haben das gemütliche Café liebgewonnen. Durch die behagliche Atmosphäre wurde das Café zu einer Institution im dörflichen Leben von St. Georgen. Alt und Jung treffen sich hier zu austauschenden Gesprächen, die sich nicht selten um die letzten Neuigkeiten aus dem dörflichen Leben drehen. Finden Sie Fotos und mehr auf www.kaufhaus-egardner.at